hallo meine lieben und herzlich willkommen bei holstone tv sagt euch der opa mario der alte sack der argentinische deutsche verfolgt von vier amerikanern verfolgt von vier Das ist ein ganzes Wunsch, ein ganzes Wunsch. Okay, Kraft reicht. Das ist gut. Ach, bitte, bitte, bitte. Triff doch immer mit. Ja, danke schön. Der war jetzt fürs Ego. Für die Führung selber haben wir noch nicht gebraucht, unbedingt. Der war jetzt fürs Reine, fürs Ego. Um uns zu zeigen, wie gut wir sind. Stehe ich nachher wieder stimmend vor dem Spiegel und hau mir auf die Schulter. Ist der Tag auch wieder gelaufen. Danke, Roche. Bitte, mach. Woll. Ach, ist das schön. Boah. Das war ja cool, Junge. Kann ich nicht abstreiten. Das war sehr interessant. Das hatte was. 14 von hinten. 14 von hinten. 14 von hinten. Nicht so. Boah. Okay, das war ja nicht. Nicht so. Geneht keep. Solli. Soll sie nicht. 15. 16. 17. 21. 14. 15. Ja, so, 500 Prozent, wenn ich jetzt noch mal, soll ich das sagen, dann muss ich noch weniger werden. Okay, das war ja nun mal für mich, um das Prinzip zu verdeutlichen, das war für mich, das habe ich mir jetzt verinnerlicht, verinnerlicht habe ich mir das jetzt, wie das funktioniert. Dann sollte man ja auch differenzierter die Entfernung einstellen können, die gewünschte. Das heißt doch, bitte, bitte. Alles klar, danke. Was das ausmacht, wenn die Bälle mal da liegen bleiben, wo man sie im Endeffekt hingeschossen hat oder so ungefähr wenig Szenen haben wollte. Oh, das ist ja noch mehr, wir haben ja noch. 168, so. Sollte trotzdem weichen? Sollte trotzdem weichen? Ne? Schatz, du wisst. Ne? Da hat er heute schon zu viel rumgezaubert. Mann! Jetzt bin ich verwirrt, ich traue mich gar nichts mehr jetzt. Ich traue mich nichts mehr, ich traue mich noch nicht, so. So. Und dann? Das ist genauso ein Scheiß. Oder? Und auf jeden Fall sind wir erstmal... Erstmal da. Ah. Oh, das wird teuer. Das wird sehr teuer. Oh, die Scheiße. Sowas hätten wir nicht gebraucht. Ach, halt schon. Du bist so. Banane, ey. Ah. Irgendwas ist immer, wa? Nene. Schön. Schön. Sehr schön. Emotionen. Ich ziehe gleich mein Pullover aus. Was ist? Ach. Ach. Erstmal trinken. Trinken. Hoche. Du bist ein Idol. Oh. Oh. Piggy. Ah, Piggy. Das ist ja aus. Minus acht. Das ist ja nur das mal für... Oh. 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 So. Okay. Oh. 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 stimmt ja gegen mit vergessen ich blöde das wäre andere lösche als mit kilometer langen weg lauflichen linien wir haben schon angst machen ich will dann angucken ich denke ich werde ich nie wieder glücklich er hat bestimmt eine schwache sekunde ich bin 18 von der Seite, das haut dann da rüber. Spring! Sehr gut. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Ja, ihr wisst, kann man keines Zuschauer treffen, Scheiß. Da würde ich gar nicht hin. Ja, ihr seht doch von hinten sprottlich aus. Na, na. Gucken, ob es da oben aussieht. Das reicht. Reicht doch. Ich hab da extra nicht sparen. Boah. Ich hab da extra nicht zu viel gemacht, meiner Meinung nach. Ich dachte, ich hätte die nicht. Ich dachte. Ich dachte. Ich dachte. Ich dachte. Ich weiß nicht, ob es da oben ist. Ich denke, mir ist gar nichts Wissendes macht. Wissen. Aber ich wusste es nicht. Ich hab mal, hohohohohoho. bitte 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 ja dankeschön das war doch mal eine schöne spannende natürlich dann muss schon sein aber nicht frustrierend was haben wir da was das für wille was machen sie denn alles minus oder ausbauen sind rolle spinn und lieber nicht was sie machen ich würde alles umrechnen wird kurzer break und dann rückrunde